Ich bin der Rätseltyp Sankt Petersbohr! Was ist das für ein Name, Alter? Meul! Wie hat er das gehört? Ich hab Meul gesagt! Nenn mir deinen Wunsch. Mein Wunsch ist einen starken Bartmuchs zu kriegen. Jeder meiner Freunde hat einen Bart, außer ich. Was soll das denn? Okay, kommen wir nun zum Rätsel. Du weißt schon, dass du mit deinem Leben bezahlst, falls du versagst. Das Rätsel lautet... Ich hab kein Wort verstanden. Was ist los mit... FALCH! Ich hab nicht von meinem Wort verstanden. Ah! 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 Ich bin der Rätseltyp Sankt Petersbohr! Ah! Ah! Was ist dein Wunsch? Wir haben einen geilen Mantel. Von wo ist der? Ist der von Tara? Ich werd schon immer so einen großen, langen Mantel haben. Der sieht mega geil aus auf jeden Fall. Egal. Mein Name ist Alena. Ich bin 24 Jahre alt. Und ganz kurz mal zurück zu dem Mantel. Der Mantel sieht unnormal geil. Oh! Er ist runtergefallen. Heb ihn auf! Wie war dein Wunsch nochmal? Ich hab vorher nicht zugehört. Okay. Und zwar ist mein Wunsch, dass alle Frauen auf dieser Welt gleichberechtigt sein sollten. Das heißt, wenn sie denselben Job haben wie Männer, dass sie genau denselben Lohn bekommen sollten, was natürlich absolut Sinn ergibt. Deswegen bin ich der Meinung hoch liebe der Feminismus. FALCH! Verdammt! Ich kann dich einfach so töten! Nun gut! Das Rätsel lautet, Verdammt! Pfff! Pfff! Piu, piu, piu. Piu, piu. Pfff! Pfff! Oh! Oh! Nein! Nein! Ich liebe dich! Piu, piu, piu. Boing, boing, boing Slap, kitchen, slap Wie, kr. Äh, bisschen Zeit?! Oh Gott, ah! Herr Lehrer? Ja? Ich lass die siebte Klasse hier. Nein. Mach nicht. Scheiße. Jetzt kommt jeder. Wo ist diese? Was ist diese? Was ist diese? Was ist diese? Ist diese eine Hollywood-Film oder was ist diese? Ich bin der Rätseltyp Sankt-Petersburg. Sankt-Petersburg? Du bist schwarz, dein Name ist Sankt-Petersburg? Was ist das für ein Name? Ähm, also... Was? Was? Ist dein Sunkel kaputt oder brauchst du Palm-Op vor deinem Hier oder was? Also sowas freches Schwarzes habe ich noch nie erlebt. Guck mal, ich bin hier gekommen, ich brauche einen neuen deutschen Pass. Weil morgen frisst meine Befristung vorbei. Dann zurück fährst du Klasse Afrika. Ich will nicht. Ich will Deutschland bleiben. Bitte. Ich brauche einen neuen deutschen Pass. Nun gut. Um deinen deutschen Pass zu erlangen, musst du dieses Rätsel lösen. Wirst du mir verarschen? Ich mache es nochmal. Ganz langsam. Du machst mich crazy, was ist diese? Falsch! Ey! 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 Ich hab keinen Bock mehr eigentlich, ey. Hätte ich schon mal gern jetzt ein verdenkertes Wochenende gehabt. Jo, was geht ab? Unser Video mit Thala. Wir haben noch ein Video gedreht. Ben und Aman auf Thalas Kanal. Checkt das jetzt aus. Oberster Link in der Beschreibung. Und folgt uns auf Instagram. Aman Muth, Thala und Ben Muth. Geil, man. Und tschau, passt auf euch auf.